Wo suchst du die Wahrheit? In der Bibel oder in den Nachrichten? Also wir sind mit dem Fernseher groß geworden und haben uns ja daran gewöhnt, von klein auf die Nachrichten zu schauen. Die Nachrichten selber legen sehr viel Wert darauf, dass sie geglaubt werden und dass es Leute sind, die es sagen, die man ernst nimmt. Und es gibt viele Menschen, die glauben eben das, was in die Nachrichten kommt. Und doch sollte jeder Gläubige sich fragen, wie oft sprechen sie dort von Jesus? Und eine Sache, die noch wichtiger ist, ist eigentlich, dass uns klar sein muss, dass es im Gottesreich gibt und es gibt die Welt. Und Nachrichten ist nicht irgendein Graubereich, sondern es ist Welt. Das muss jedem klar sein. Und wenn man sich die letzten Jahre anschaut, wo es nur noch eine Meinung gibt, es gibt ja gar keine konträren Meinungen mehr, sondern es ist eigentlich nur noch Manipulation. Wer sich dem aussetzt, der erliegt dieser Manipulation. Also ich will einfach ein paar Gedanken weitergeben. Zum Beispiel 1. Korinther 3,19, denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Warum sollen wir auf menschliche Weisheit vertrauen, auf menschliches Wissen? Das ist falsch. Das ist einfach falsch. Wir sollen der Bibel vertrauen und wir nehmen Gott die Ehre, wenn wir denken, dass wir irgendwo anders die Wahrheit finden. Dann vertrauen wir auf weltliche Autoritäten, obwohl im Psalm 146,3 steht, verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Und diese Medien bewirken, haben wir in den letzten Jahren gemerkt, Angst und Sorge. Aber er sagt Gottes Wort in Philippa 4,6,7, seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eurer Anliegen vor Gott kundtun. Das heißt, wir sollen uns nicht vor den Apparat setzen und uns manipulieren lassen und Ängste unterstützen, damit wir mitreden können. Das ist ja auch so ein Ding. Das ist auch eine Art von Stolz, dass man mitreden muss, dass man nachreden muss, dass man aus Menschengefälligkeit informiert sein will und mit dabei sein. Viele gucken auch Nachrichten aus Gier und Geilheit auf neue Informationen. Und man will ja ganz vorne top dabei sein bei den Informierten. Und man will ja wirklich zeigen können, dass man informiert ist. Dabei reden sie alles nur das nach, was dort im Fernseher gesagt wird. Dann ist es ein, die Nachrichten sind ohne Gott. Das ist ein Konsumdenken, ein Materialismus. Ein Beispiel, Matthäus 6,19,21, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen. Das ist die Fokussierung. Wer Nachrichten guckt, ist auf die Welt fokussiert und nicht auf Gott. Es führt letztlich wie Angst und Sorge zu Unbeständigkeit, weil wir immer durch neue Informationen hin und her gewirbelt werden und nicht fokussiert sind auf Gott. Epheser 4,19,4,14 sagt, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere. Ja, dann kommen auch viele schlechte Informationen eben drauf und vieles Kriege und alles Mögliche. Und wir sollen auf Gott schauen. Wir sollen nicht auf das ganze Negative schauen, was da rauf guckt, was da mitschwingt. 2. Korinther 4,8,9 sagt, wir sind in allem bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Die Gefahr ist immer in den Nachrichten, dass wir einen Pessimismus haben. Und wenn wir auf Gott schauen, dann sind wir immer Optimist. Und ganz schlimm ist eben diese Manipulation, dieser Konformismus, dass durch die Medien alle so gleich geformt werden, die Menschen. Weil sie alle das gleiche Wissen haben und das gleiche Denken haben. Denkstrukturen werden vorgeprägt. Und in Römer 12,2 sagt ganz klar, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und diese Fernsehen und diese Nachrichten führen auch immer dazu, dass wir selbst zentriert sind. Dass wir uns immer fragen, was habe ich davon? In der Bibel steht immer, dass wir uns auf Gott zentrieren sollen und auf unseren Nächsten. Philippa 2,3-4 sagt, tut nichts aus Eigennutz und eitler Rumsucht, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ganz schlimm ist eben auch diese Oberflächlichkeit. Wir werden mit Informationen zugekippt. Und um es einigermaßen verkraften zu können, kann man nur oberflächlich werden. Weil man ansonsten die ganze Zeit weinen müsste, wenn man das ganze Elend sich anguckt. Wir sollen auf Gott schauen. Ansonsten ist es eigentlich nur, hier stumpft man ab. Und in 1. Samuel 16,7 steht, denn der Mensch sieht das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Es geht darum, dass wir nicht in diese Oberflächlichkeit geraten, sondern wirklich an unserem Herz arbeiten. Was hilft uns da die Nachrichten? Und dieses Schauen aufs Fernsehen und so weiter, das offenbart auch viele Irrtümer. Nämlich zum Beispiel die Vernachlässigung des geistlichen Lebens. In Matthäus 6,33 steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Oder dass man abhängig wird von temporären Informationen. Jesaja 40,8, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Es ist auch die ewige Perspektive, die dort fehlt. Nämlich 2. Korinther 4,18. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Wir machen falsche Prioritäten. Mit Matthäus 6,24 wird gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Wir können nicht dem Nachrichten und unserem Gott dienen, sondern wir sollen allein auf unseren Gott ausgerichtet sein. Dann führt letztlich auch diese Nachrichten dazu, dass wir ins Zweifeln kommen. Jakobus 1,8 sagt, ein Zweifler ist unbeständig auf all seinen Wegen. Weil wir immer mit weltlicher Sichtweise konfrontiert werden und einfach uns einüben müssen, mindestens einüben müssten, dass wir diesen Lügen immer die Wahrheit gegenüberstellen. Das tun aber viele nicht und deswegen glauben sie das, was ihnen als manipulierte Lüge gegeben wird. Diese Nachrichten ignorieren Gottes Wahrheit. Und Johannes 17,17 sagt, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Es gibt auch so diesen Herdentrieb und ein falsches Sicherheitsgefühl. Lukas 12,19,20 sagt, du nah, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Diese Nachrichten geben uns dieses Herdengefühl, wir sind ja in Sicherheit. Wenn wir alle die gleiche Meinung haben, können wir ja nicht falsch sein. Es offenbarten Fehlen von Glauben und Vertrauen in Gott. Ohne Glaube ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Hebräer 11,6. Und die Menschen, die diese Nachrichten gucken, die glauben auch nicht an die Allmacht Gottes, sondern an die Allmacht der Menschen. Psalm 118,8. Besser ist, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Ich glaube, das reicht erstmal, dass ihr seht, dass Nachrichten zu schauen echt ein Problem ist. Dass wir uns mit Dreck füllen, wir manipuliert werden und wir uns mit so viel Lügen füllen und es ist so viel wichtiger, dass wir uns mit Gottes Wort füllen, mit Gottes Sichtweise. Und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich die Nachrichten anmache, dann höre ich in einem Satz fünf Manipulationen und Lügen raus. Es ist durchsetzt von Lügen und Manipulationen. Wenn man Gottes Sicht dagegen stellt, wenn man einfach sieht, warum sagen die das überhaupt? Ist das überhaupt wichtig für uns, diese Information? Sie manipulieren uns mit der Auswahl der Informationen, die wir bekommen. Und dann ist es immer gefärbt durch die Art und Weise, wie sie es verkaufen wollen. Sie können Sünde als gut verkaufen und Heiliges als schlecht. So wird es heute dargestellt. Warum wollen wir uns damit eins machen? Als Gläubige haben wir uns davon fernzuhalten. Alles Gute euch.